Moin Freunde der gepflegten Unterhaltung, hier noch ein ganz kleines kurzes Video. Ich mache jetzt die Auslösung, um genau zu sein, ohne Computer. Ich mache das jetzt so ganz einfach. Einige von den Leuten, die kommentiert haben, die habe ich noch nie gelesen und noch nie gesehen. Und ich finde es relativ unfair, wenn ich jetzt eine Verlosung auslosen lasse, wo ganz einfach irgendjemand gewinnt, den ich noch nie wirklich aktiv auf meinem Kanal gesehen habe. Es sind einige mit bei, die auch aktiv sind. Unter anderem der Unboxing Planet oder auch ein Percy oder auch der G-Wog. Gleich vorweg, herzlichen Glückwunsch an den G-Wog. Du hast den Auki Soundcore Mini, glaube ich ist das, oder wie er heißt, portabler Speaker. Du hast ihn gewonnen. Du hast dir gewünscht, dass ich auch noch Autogramm auf der Verpackung drauf mache. Du kannst natürlich jetzt bestimmen, wo du es gerne haben möchtest. Und natürlich brauche ich, um das überhaupt loszuschicken, deine Adresse. Bitte schreib sie mir privat auf YouTube. Dazu gehst du auf meinen Kanal, Kanalinformationen und da gibt es den Button Direktnachricht. Bitte schreib mich direkt an, damit wir das zügig zum nächsten Wochenende oder ich zum nächsten Wochenende losschicken kann. Damit du das auch noch vor Weihnachten bekommst. Das soll ein kleines Geschenk sein, gerade weil du auch in der letzten Zeit relativ aktiv auf meinem Kanal warst. Ich werde vielleicht noch mal zu Weihnachten noch mal eine kleine Verlosung machen oder ich werde mir da, denke ich mal, noch mal einen raussuchen, einen rauspicken, der halt auch relativ aktiv auf meinem Kanal ist und den werde ich auch noch belohnen. Also Aktivität möchte ich jetzt in dem Fall eher belohnen als irgendwie einen Zufallskomputer, den ich ganz einfach irgendwo einen Kommentar rauspicken lasse. Das finde ich persönlich nicht wirklich fair. Und jeder möchte natürlich auch gewinnen, ist natürlich klar, aber versteht mich, ich kann nicht einfach irgendwelchen Wildfremden und die Leute, die aktiv meine Videos gucken, die stehen halt vorm Fenster und gucken, schon wieder irgendein Fremder geworden. Ich möchte es ganz einfach belohnen, wenn jemand aktiv bei mir mit auf dem Kanal mit dabei ist und auch gute Vorschläge bringt. Der ein Percy ist auch so einer und ich möchte mich auf jeden Fall auch bei denen bedanken. Auch bei Space on Desk ist auch einer der sehr aktiven. Unboxing Planet ist auch einer der sehr aktiven. Ich möchte in dem Fall wirklich den G-Walk das zukommen lassen. So, das wird jetzt aber auch schon von dem kleinen kurzen Video gewesen sein und man mag es nicht, man glaubt es kaum. Das ist ein Double Upload heute, also wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Woche.